Jo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal und heute geht es ja um die Auflösung des monatlichen Giveaways September. Es gab ja drei M41s Golden Cores zu gewinnen. Zeig's ja mal kurz falls jemand vergisst wie dieses Prachtstück aussieht. Und zwar gab es dir auf drei verschiedenen Arten zu gewinnen. Und der erste ist mal Gleam. Und was ich auch noch sagen wollte, sorry dass das Video einen Tag später online kommt als ich es eigentlich vorhatte. Aber ich habe es einfach vercheckt und statt, also beim Gleam Giveaways statt am Sonntag 12 Uhr AM habe ich unabschließlich 12 Uhr PM angegeben. Somit lief das Giveaway bis Mitternacht. Sprich von gestern auf heute, also 12 Uhr Mitternacht. Ihr wisst Bescheid. Und deswegen konnte ich es gestern einfach nicht aufnehmen, weil das Giveaway ja noch am Bean war. Aber egal. Dann lasst uns auch gleich mal den ersten Gewinner ziehen. Und zwar ist der erste Gewinner Zwiesel. Herzlichen Glückwunsch an dich. Zwiesel hat gewonnen, indem er mich subscribt hat auf YouTube. Wer offen wo er kommt. Irgendwas Deutschland, Eason, keine Ahnung. Ist aber auch Wayne. Wie gesagt herzlichen Glückwunsch an dich, mein Freund. Die zweite M4 geht raus. Das habe ich ja gesagt. Unter einem in den Kommentaren des Videos. Das Ankündigungsvideo sage ich mal. Das Giveaways. Und der Gewinner der zweiten M4 ist It's Unleashed. Er hat kommentiert ein Nicestes Video. Beziehungsweise Nice Video. Glückwunsch mal an dich, Boy. Und die dritte M4 geht raus, habe ich gesagt. An einem Typen aus meiner Steam Liste. Beziehungsweise aus der Steam Gruppe. Weil jetzt jemand von euch das nicht wusste. Ich habe eine Steam Gruppe. Und da habe ich gesagt. Einer von den Boys gewinnt. Beziehungsweise gibt es ja keinen random Picker. Deswegen habe ich gesagt. Ich werde mir da einfach mal zufällig einen aussuchen. Und der Gewinner ist. Mal kurz gucken. Wo halte ich noch mal sein Profil. Der Gewinner ist Dear Devil. Und falls ihr euch jetzt wundert, warum ich hier was Spektsensiers habe. Der Boy hat einfach Werbung in seinen Namen stehen, die ich in meinen Videos nicht toleriere. Aber egal. Solange ich nicht dafür finanziert werden. So. Das waren mal die drei glücklichen Gewinner des Monats Giveaway September. So. Für die Leute, die nichts gewonnen haben. Ich glaube nächste Woche ist sogar schon ein neues Monat. WTF. Was? September, Oktober. Ja. Nächste Woche ist tatsächlich schon. Ja. Ich weiß jetzt aber nicht, ob ich dann nächste Woche schon das Monats Giveaway Oktober starten werde oder das ersten zwei Wochen kommen wird. Mal gucken. Bleibt gespannt. Ihr könntet ihr mir wie immer mal in die Kommentare schreiben, was ich so raushauen soll an Preisen. Es wird aber dann nächstes Monat nicht so krass sind von den Preisen wie dieses Monat. Weil dieses Monat gab es ja auch nur die drei Preise. Beziehungsweise waren die Preise etwas höher als sonst. Weil ich ja im August kein monatliches Giveaway gemacht habe. Ansonsten, ihr könnt mir zeigen wie ihr meine Giveaways feiert. Indem ihr mir einen Daumen nach oben da lasst. Wie gesagt, schreibt mir in die Kommentare was ich im nächsten Giveaway vergeben sollen. Als Skin. Und wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dann wird es jetzt schon in der nächsten Zeit, um auch bei den Giveaways teilnehmen zu können. Ansonsten sage ich auch Ciao und bis zum nächsten Mal. Euer Alex. Bis zum nächsten Mal.